Du willst also quasi die Lüge, die du erst vorgibst, mit einer anderen Lüge nochmal wieder kaschieren. Lüge mal Lüge ist Wahrheit. Wenn du einfach so viele Lügen ausgehst, dann denken Leute, da ist die Lüge, ich hab sie gefunden und ignorieren dann alle anderen Lügen, weil sie denken, sie haben ja die Lüge gefunden. Das macht den Dick frei für weitere Lügen. Herzlich Willkommen.